Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute geht es um die Bitwise Operatoren. Die sind nicht mehr so weit verbreitet, aber manchmal ist es sehr sehr praktisch, wenn man solche Bitwise Operatoren und BitShift Operatoren auch kennt. Ich werde euch jetzt zeigen, für was wir die brauchen können, beziehungsweise vor allem wie sie funktionieren. Und ja, sie haben sehr viel Ähnlichkeit mit diesen Boolean und diesen logischen Operatoren. Allerdings finden sie zum Beispiel auf Integern statt. So, jetzt muss ich euch ganz kurz eine Einweisung geben, wie Integer im System dargestellt werden. Und zwar, die werden wieder mal binär dargestellt, logischerweise. Wir schreiben uns das Ganze jetzt einfach mal hin. IntBitMaske, die nennen wir jetzt einfach mal so. Und jetzt kommt eine komische Darstellung. 0x und dann eine Zahl. Zum Beispiel 0 0 f. Okay, äh, Quatsch, da fehlt eine 0, weil wir 32 Bit Integer haben, haben wir jetzt hier sozusagen einen kompletten Integer belegt. Das erkläre ich euch sofort. So, jetzt, was bedeutet das hier? Vor allem, warum ist da ein x und warum ist da ein f? Naja, das ist hexadezimale Schreibweise für eine Zahl. In hexadezimal habt ihr die Zahlen von 0 bis 9 und danach schreibt ihr weiter A, B, C, D, E und F. Um darzustellen, die Zahlen 10, 11, 12, 13, 14 und 15. 16 gibt es nicht mehr. Ähm, und ihr seht, was wir jetzt hier ungefähr haben. Wir haben 16 Zahlen, also mit der 0 zusammen sind wir insgesamt bei 16 Zahlen. Und das ist natürlich eine Zweierpotenz, denn es ist genau 2 hoch, ähm, 2 hoch 4 ist es. So, also wir haben jetzt hier 2 hoch 4, äh, es ist nicht 2 hoch 4, aber 16 ist 2 hoch 4. Ähm, und ja, mit 2 hoch 4 können wir schon viel, viel mehr darstellen. Dadurch haben wir jetzt nämlich ein, äh, quasi sofort mit einer so einer Zahl, also mit einer Zahl von 0 bis f, haben wir sofort 4 Bit und genau 4 Bit verbraucht. Und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, was wir jetzt hier haben, sind 4 Bit hierfür, 4 Bit hierfür, 4 hier und 4 hierfür. Das heißt, wir sind insgesamt bei 4, 8, 6, äh, und 16 Bit, also 12 und dann 16 Bit. Das heißt, wir haben hier jetzt genau 16 Bit definiert, was wir hier haben wollen. 0, 0, 0, 0, f. So, jetzt, wie sieht das Ganze binär aus? Eine 0 sieht logischerweise dann so aus, also 4 mal eine 0 und eine 1 sieht dann hier aus, 1, die 2 wäre das, 3 wäre das hier, 4, ups, 4, äh, 5, 6, 7. Ich zähle ganz kurz mit euch hoch. Und jetzt seht ihr es hier, 8 braucht schon das 4. Bit, deswegen ist es doof, wenn wir sagen, wir nehmen nur 3 Bit, ähm, und rechnen im Oktalsystem 8 Bit, äh, die Zahl 8 im Dezimalen braucht hier schon das vorderste Bit. Deswegen wäre es aber unsinnig, wenn wir bei 9 dann aufhören würden, weil sonst haben wir ja gar nicht alle Kapazität ausgenutzt sozusagen. Also 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Das heißt, das hier ist unser F. So, und jetzt können wir diese komplette Zahl hier darstellen, indem wir einfach sagen, wir haben hier 0, 0, 0, 0 und das Ganze 3 mal, weil ich ja hier oben 3 Nuller gepackt habe. Also 3 mal nur Nullen und 1 mal nur Einsen. So, und jetzt holen wir uns noch eine zweite Zahl. Äh, das ist übrigens dieses 0x hier, bedeutet einfach nur, wir wollen in Hexadezimal jetzt schreiben. Das ist alles, was wir damit machen wollen. Und jetzt sagen wir hier, ähm, wir nehmen uns einen weiteren Integer, äh, auch wieder eben in diesem, äh, in diesem komischen Hexadezimalen Schreibweise-Dingens. Und sagen 0 kreuz, damit wir wieder Hexadezimal sind. Und zum Beispiel sagen wir dann, ähm, a, 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 a. So, a ist 10, also im Dezimalsystem, in unserem System ist es quasi eine 10. Und 10 sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier 8 gehabt und jetzt sehen wir einfach hoch 9, aha, also ist das hier die 10. So, das heißt, ich habe einfach diesen Block hier 4 mal hintereinander, also 1, 2, 3 und 4. Das ist jetzt mein Integer hier. So sieht der intern quasi in unserem Speicher drinnen aus. So, und jetzt können wir so langsam in die, ähm, Bitwise-Operatoren einsteigen und in die Bitshift-Operatoren. Ähm, es gibt mehrere Operatoren. Normalerweise schreibt man die, ähm, Bitwise-Operatoren, mit denen wir jetzt anfangen wollen, als und. Also einfach nur ein kaufmännisches und. Und das ist auch der Grund, warum wir vorne, also bei den, bei den Bedingungen zwei kaufmännische uns zum Verknüpfen gebraucht haben. Das Bitwise, ähm, Exclusive-Operatoren ist das hier. Das werden wir gleich uns angucken. Und das ist das Bitwise-Oder, also das, was wir auch schon gesehen haben. Deswegen brauchen wir beim logischen Verknüpfen zwei dieser Oders und beim, ähm, Bitweisen-Verknüpfen ein, eins von diesen Dingern immer. So, jetzt was bedeutet dieses Bitwise-Blblblblbl, was ich da die ganze Zeit labere? So, naja, wir sagen int-Ergebnis ist gleich zum Beispiel Wert und Logisch, also nicht das Logische, sondern nur das Bitweise, Wert und Bitmaske. Was jetzt passiert, ist was ziemlich, ziemlich krasses. Und zwar, wir nehmen uns jetzt einfach mal diese Dinger hier runter, damit wir hier schön rechnen können. Wir verunden, ähm, hier komplett alles jeweils miteinander. Das heißt, wir sagen, eins und null. Naja, eins und null ist offensichtlich null. Null und null. Also auch wieder eine null. Null und null. Naja, bei und ist ja immer da, wo eine Null steht, ist immer null. Das heißt, wir können sagen, okay, wir wissen schon mal, die ersten drei Blöcke sind auf jeden Fall wieder null. Und der hintere Block, da können wir jetzt tatsächlich ein logisches und pro Bit durchführen. Das heißt, wir haben hier eins und eins. Naja, das ist jetzt ausnahmsweise mal eins. Null und eins. Also auch wieder eine Null. Eins und eins und null und eins. Und das heißt, wir haben hier tatsächlich dieses Nullkreuz a, 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 a reduziert auf einfach ein Nullkreuz. Also wieder bei Hexadezimal. Null, 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 a. Und wir sehen, das ist das, was rausgekommen ist, weil hier nur eins standen und vorne durch diese ganzen Nullen haben wir einfach den vorderen Teil quasi alles auf null gesetzt. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier jetzt wirklich jedes einzelne Bit verundet. Und dann haben wir das Ergebnis hier rausgekriegt. Und das ist dann das, was auch wieder im Ergebnis drin steht. Ziemlich kompliziert, sagt ihr. Wahrscheinlich habt ihr recht. Manchmal braucht man es tatsächlich. Und es gab tatsächlich schon Situationen, wo ich froh war, dass ich diese Dinger hatte. Und wo ich sie auch wirklich benutzt habe. Und deswegen zeige ich euch das. Ich möchte euch natürlich nichts vorenthalten. Aber ihr müsst, wie gesagt, also tatsächlich in vielen Sprachen oder in vielen Programmen wird es dann auch wirklich nicht mehr eingesetzt. Aber trotzdem, ich möchte euch ja hier alles zeigen. Okay, das Logische, äh, das Bitweise oder sieht so aus. Das heißt, was wir hier machen, ist nicht verunden, sondern verodern. Und wenn wir mit 0 verodern, naja, dann kommt natürlich genau das raus, was wir hier haben. Das heißt, die ersten drei Blöcke sind einfach genau gleich. Weil 0 oder 1 ist immer 1. 0 oder 0 ist 0. Und so weiter und so fort. Da wir hier unten immer 0 haben, können wir einfach den Wert von hier oben kopieren. Und hier unten sagen wir, okay, hier haben wir immer 1. Und wenn ich mit 1 verodere, dann ist es immer 1. Das heißt, was wir hier rausbekommen, ist einfach 0 kreuz AAA. Also das heißt, wir haben hier die drei von hier vorne, weil hier eben nur Nullen waren. Und da hier nur Einsen waren in diesem F drin, habe ich hier ein F stehen. Wunderbar. So, jetzt kommt was Spannenderes und zwar das Exclusive OR. Das ist sozusagen das Entweder-Oder, aber wirklich, es darf nur eins von beiden wahr sein. Das habe ich euch vorhin verschwiegen, weil man es normalerweise eigentlich nicht braucht. Deswegen machen wir das jetzt hier ein bisschen ausführlicher. Das Entweder-Oder, da passiert folgendes. Wenn wir einen Wert auf true haben, xOR, schreibt man das normalerweise, xOR false, das ist wahr. Das heißt, es ist quasi ein oder. Aber wenn beide Werte auf wahr sind, das ist dann auch wieder falsch. Also das ist falsch. Aber sobald ein Wert auf false ist und einer auf true, wird das ganze Ding hier true. Und wenn beide auf false sind, naja gut, dann wird das Ergebnis auch false. Deswegen Entweder-Oder, es muss eins von beiden wahr sein. Wenn wir das jetzt hier mal übertragen auf unser bit-weißes xOR, dann haben wir hier entweder 1 oder 0. Na ja gut, das ist 1. So, hier haben wir dann 0 oder 0. Das ist xOR 0. Das ist dann auch wieder 0, 1, 0. Okay. Und das bleibt natürlich hier bestehen. Wir können das hier einfach mal kopieren bis hier rüber. So, jetzt wird es aber hier spannender. 1 xOR 1. Das geht gar nicht. Das ist eine 0. Also es ist ja beides wahr. 1 und 1 ist wahr. Aber da wir bei xOR genau 1 wahr haben müssen und nicht beide, kommt hier eine 0 bei raus. Hier, das ist 1 wegen dem unteren Dingens hier. Das ist dann tatsächlich wieder 0 und das ist 1. Und das ist jetzt 0 kreuz AAA für diese 3 hier. Und jetzt müssen wir den Wert hier halt mal von Hand quasi umrechnen. Das heißt, wir haben hier 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 4. Das heißt, wir sind bei 5. So, wie gesagt, dieses bitwise xOR ist wirklich sehr selten, dass man das braucht. Deswegen nur ganz kurz am Rande mal. Was wir dann noch häufiger brauchen könnten, wäre Bitshifts. Und Bitshifts sind, wir verschieben sozusagen unsere Bits einfach um so und so viel nach rechts oder nach links. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier sowas stehen. Also unseren Wert. Wir nehmen jetzt erstmal den Wert und shiften den nach rechts zum Beispiel. Also muss nicht unbedingt nach rechts sein. Ihr könnt auch nach links shiften, aber wir werden es jetzt erstmal nach rechts machen. Und zwar zum Beispiel um 3. Zum Beispiel. Okay. Was dann passiert ist folgendes. Wir nehmen uns dieses Dingens hier. Und jetzt verschieben wir alles nach rechts. Das heißt, wir sagen, okay, wir schneiden die rechtesten drei Stellen ab. Blub. Und dann füllen wir links auf mit dem Wert, der vorher an links der Stelle stand. Also mit einer 1 jetzt in dem Fall. Das heißt, wir haben hier dann einfach drei Einsen stehen. Und was dann passiert ist, wir haben im Prinzip alles um ein bisschen nach links verschoben. Also und dann halt links aufgefüllt. Das heißt, wir haben jetzt hier vier Einsen stehen. Und dann das, was davor drin stand, aber um drei Stellen nach rechts verschoben. Das braucht man, wenn man viel mit diesen Bitwise Operatoren arbeitet. Und vielleicht mal was abschneiden muss. Irgendwo in einem Integer drin. Dann ist das sehr nützlich. Achtung, wenn wir jetzt hier zum Beispiel diese Bitmaske shiften würden. Dann würde das so aussehen, dass wir mit Nullen auffüllen würden. Das heißt, wir würden hier die rechten drei Stellen abschneiden. Und weil hier das linkeste Bit eine Null ist, würden wir hier mit Nullen auffüllen. Und zwar genau mit drei. Genau. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man links immer mit Nullen auffüllt. Und nicht mit Einsen, wie wir es hier jetzt getan haben. Da bräuchte man dann einfach drei von diesen Pfeilen nach rechts. Genauso gut könnt ihr nach links shiften. Und da gibt es aber keinen Dreifach-Operator. Da gibt es dann nur wirklich in diese Richtung shiften. Okay. Achso, genau. Auf der rechten Seite, also wenn wir das jetzt einfach mal durchführen. Sagen wir mal, wir nehmen das hier und wir shiften diese Null, Null und bla bla bla, shiften wir nach links. Dann passiert folgendes. Wir schneiden quasi die linkesten drei Bits ab und füllen rechts mit drei Nullen auf. Und hier ist es egal, was das rechteste Bit ist. Wir nehmen immer Nullen. Und es gibt hier keine Möglichkeit mit Einsen oder sowas aufzufüllen. Und deswegen gibt es auch kein Dreimalverschiebzeichen hier. Es wird immer mit Nullen aufgefüllt. Was ihr dadurch erreicht, ist quasi, ich zeige es euch gerade mal. Im Prinzip ist das eine Rechnung, wenn ihr 0, 0, 0, 0 hattet. Das war euer Wert davor. Und jetzt machen wir mal 2 hoch 3. Ähm, Vorsicht. 2 hoch 3. So, was dann passiert ist, ihr wollt im Prinzip das Ganze mal 2 hoch 3, also drei Nullen hier hinten dran. Und was ihr dann machen müsst, ist hier vorne drei Nullen abschneiden. Und das ist genau das, was shiften macht. Das heißt, im Prinzip ist das Shiften um drei nach links ein Potenzial mit mal 2 hoch 3. Funktioniert genauso. Ähm, genau. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses Tutorial. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Und, ja, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen und wisst jetzt zumindest, was diese komischen Dinger hier bedeuten. Oder zumindest, was diese, äh, warum wir zweimal Un verwenden, wenn wir einen logischen Operator haben. Wunderbar. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.